Hallo zusammen, Nopi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Und wir machen weiter mit dem nächsten Set von Playmobil zu DreamWorks Dragons Dragon Racing. Wir haben hier Rotzbacke und Hakenzahn mit der Nummer 70731. Hier mit dabei ein abnehmbarer Sattel, ein Wurfschaf. Auch das ist natürlich wieder verwendbar mit der Schafschleuder. Und hierzu schreibt Playmobil, Rotzbacke ist ein Angeber, der sich oft selbst überschätzt und dadurch häufig in brenzlige Situationen gerät. Zum Glück helfen Hicks und seine Freunde ihm immer wieder aus der Patsche. Rotzbacke reitet auf dem eigensinnigen Drachen Hakenzahn, der ihm das Leben nicht immer einfach macht. Hakenzahn hat seinen eigenen Kopf und macht, was er will, ohne auf Rotzbacke zu hören. Natürlich will auch dieses Duo das Drachenrennen gewinnen. Ob sie wohl zusammenarbeiten können? Dieses Set besteht aus dem Wikinger Rotzbacke, dem Drachen Hakenzahn, im Racing Look, einem Wurfschaf, Sattel, Steinhammer, ein Rundschild und weiteren Extras. Rotzbacke kann auf Hakenzahn reiten, der Sattel ist abnehmbar. So, alles doppelt und dreifach, damit es auch jeder versteht. Sehr schön. Dieses Set, die Verpackung, hat die Größe von 38 cm in der Breite, 28,5 cm in der Höhe und 9 cm in der Tiefe. Auch hier muss man gleich dazu sagen, wow, was eine Hammer Umsetzung. Die Bemalung sieht einfach nur super aus. Wie immer, ganz kurz einen Blick auf den Karton, die Details und dann geht es ans Auspacken, Zusammenbauen und ihr erfahrt, was ich darüber denke. Wie immer, alles nur meine Meinung, muss nicht eure sein. Und das ist auch gut so. Na dann, viel Spaß mit diesem Video. Ja, dann sehen wir hier das Ganze aus der Nähe. Ohne Zahn guckt hier mit ins Bild. Dreamworks Dragons. Rotzbacke sitzt hier auf seinem Hakenzahn. Auch Rotzbacke hat hier eine Bemalung bekommen. Sehr schön. Die Flügel sind der Hammer. Ich finde es auch klasse, dass man Bemalung auf Hakenzahn selbst sieht. Genauso wie hier hinten das Rennschaf auch mit dabei. Und wir kriegen hier wieder einen echt schönen großen Drachen. Super. Hier unten seht ihr noch Dragon Racing. Auf der Seite sehen wir die Figur nochmal komplett. Rotzbacke hier oben. Dragons auf der anderen Seite. Die Drachenklasse. Nochmal die beiden hier abgebildet mit dem Schaf. Hier oben seht ihr die Bewegungsmöglichkeiten. Das heißt, wir können das Maul hier öffnen von Hakenzahn und auch die Flügel bewegen. Klaro, alles schön gestaltet. Ja, und hier haben sie das Ganze extra noch mit Playmobilaufklebern gesichert. Das werde ich alles mal ganz schnell öffnen. Und ich kann euch sagen, ich finde diese Playmobilaufkleber besser, als wenn die Verpackung hier oben innen verklebt wird. Denn ja, ihr braucht nur die Kleber durchschneiden und könnt so das Ganze öffnen. Finde ich um Klassen besser. Und hier haben wir auch schon Hakenzahn mit allem drum und dran. Hier wieder eine große Tüte, wo wir hier die Montageanleitung finden. Und einen Flügel, ja, der andere Flügel liegt halt lose drin. Finde ich nicht so gut, denn wenn es entsprechend geschüttelt wird und Prellungen gibt, kann es die Farbe hier unter Umständen ja abkratzen. Also nicht ganz so der Burner. Dann haben wir hier natürlich Rotzbacke, das Schaf und so weiter, auch noch in der Tüte drin. Und Hakenzahn, wo wir hier auch noch die Hörner aufstecken müssen und so weiter und so fort. Wenn ich mir den jetzt angucke, weiß ich gar nicht, war der Vorgänger auch in diesem braun gegossen oder eher in orange. Weiß ich schon gar nicht mehr. Könnt ihr mal sehen, das ist schon so ewig her. Auf jeden Fall sieht die Farbe klasse aus, ja, inklusive der Rennbemalung. Wobei, 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 ja, wir schauen es uns ja im Video an. Okay, dann nehme ich den hier mal weg und beginne wie bei Hicks und ohne Zahn mit der Tüte. Kann man ganz einfach aufreißen. Jawohl, hier haben wir den Flügel und die Bauanleitung mit drin. Da werfen wir kurz einen Blick rein. Finde ich schön, dass Sie das beigelegt haben. Wobei, der Aufbau ist eigentlich selbsterklärend, ja. Aber ich finde es trotzdem klasse, dass Sie das gemacht haben. Hier seht ihr gleich, dass wir die Hörner anstecken müssen. Wir können hier ein Schild hinten anklemmen. Die Flügel dran, okay. Dann hier alle Drachen, die es gibt. Dann auch noch Rotzbacke. Wir haben hier den Helm und die Armschützer. Die Axt müssen wir auch, also die Steinachs müssen wir auch zusammenbauen. Den Sattel auf Hakenzahn setzen. Es muss klicken. Und das ist eigentlich auch schon alles, was wir hier kriegen. Hier die ganzen Sets, die es gibt. Dann schauen wir uns mal einen Flügel an. Die Bemalung finde ich weltklasse. Vor allem halt auch diese aufgerissene Bemalung. Wo es halt wirklich so aussieht, als ob es jemand mit Hand drauf gemalt hätte. Das ist super. Schönes Rot, schönes Gelb. Und wir haben auf dem Flügel selbst noch einen Verlauf von einem rötlichen Braun in Dunkelbraun rein. Das sieht klasse aus. Wir sehen hier auch die Flügelrippen. Wir sehen die Krallen hier. Das ist relativ hart. Das ist Plastik. Also aufpassen, wenn euch das runterfällt, kann euch das auch relativ schnell abbrechen. Sage ich jetzt einfach mal so. Auch hier sieht man einen schönen Verlauf von diesem rötlichen Braun in das Braun rein. Also auch das gefällt mir gut. Schön auch, dass der Flügel nicht glatt ist, sondern leicht geschwungen. Das kommt umso besser. Dass die Flügel komplett zu klein sind. Ich glaube, darüber braucht man sich gar nicht unterhalten. Finde ich schade. Denn Hakenzahn ist ein Vivern. Bewegt sich auch auf seinen krallenden Flügeln voran. Und die hätte man eigentlich schon größer machen müssen. Aber das Ganze wirkt trotzdem sehr imposant. So, hier habe ich den Flügel Nummer 2. Haben sie das einfach nur gekontert, was die Bemalung angeht. Ja, sieht so aus. Oder? Naja, es variiert ein bisschen. Aber das kann auch vom Druck her stammen. Ja, wie auch immer. Alles halb so wild. Die Bemalung ist auf jeden Fall klasse. Muss man sagen. Und der Farbverlauf fällt hier immer ein bisschen unterschiedlich aus. Hier haben wir so wie so richtige Spitzen, die in das Dunkelbraun reinlaufen. Hier sieht es schon wieder ein bisschen anders aus. Ich glaube, das ist einfach Zufall, wie der Kunststoff hier zusammengegossen wird. Ich kann es euch nicht sagen, wie sie es machen. Auf jeden Fall kommt es schon richtig, richtig gut. So, dann kommen wir hier zum Tütchen mit den Einzelteilen. Schneiden wir es mal hier auf. Keine Präparation. Obwohl es ja wirklich teuer ist, das Ganze. Das darf man nicht vergessen. So, dann haben wir hier einmal den Sattel, wo wir dieses Schild drauf schieben können. Haben sie auch in einem ganz hellen Braun gemacht. Hier sind so Schlieren drin. Ich denke mal, das kommt vom Guss. Dann hier noch ein paar nette Details, so Nieten oder was das sein sollen. Aber sie haben es halt ganz einfach einfarbig gegossen, das Ganze. Und hier und da auch wiederholen, damit wir die Welt retten. Das ist doch ein gutes Gefühl, oder? Das können wir dann auf den Hals von ohne Zahn draufklipsen. Dann haben wir hier auch das Schild, was Rotzbacke auch in die Hand nehmen kann. Das ist doch super. So sieht es aus. So ganz grob Holzschlieren draufgedruckt. Okay, das kann man angucken. Und das Schild, wie kommt es drauf? Auf diese Seite. Ja, könnt ihr einfach nur hier so reinklipsen und dann hält es auch. Das ist doch schick. Sieht gut aus. Jawohl, so kann man das angucken. Dann haben wir hier auch unser Renn- oder Wurfschaf mit dabei, was hier den Kopf einmal 360 Grad drehen kann. Die Ohren sind ganz weich. Ist ein Weichplastik. Oder ist ein Hartgummi. Kannst euch gar nichts sagen. Da ist ein Gummi. Ist ein Gummi. Man fühlt es an den Hörnchen. Die Augen sind klasse. Haben sie noch extra weiß gemacht mit den schwarzen Pupillen. Dann hier auch die Zielscheibe. Seitlich aufgedruckt. Das ist sehr aufwendig mit den ganzen Farben. Ja, der Copyright-Vermerk ist nicht ganz so welle Wahnsinn, dass man den hier seitlich sieht. Ja, gut. Die Unterseite. Hier ist ein Nupsi drin. Ich wüsste gar nicht, dass wir die Figuren irgendwo draufstecken können. Aber anscheinend ist das irgendwie irgendwo möglich. Ich kann es euch nicht sagen. Warum? Wieso? Weshalb sie das so gemacht haben? Das wurde hier in einem warmen Grauton gegossen. Genauso wie die Ohren und die Hörnchen. Hier auch ein bisschen die Schafswolle zu erkennen. Das Fell mit Schwänzchen und so weiter und so fort. Die sind schon nett. Die kann man schon echt angucken. Ist, glaube ich, aber genau das gleiche Modell wie das schwarze Schaf, nur halt eben in weiß. So, dann haben wir hier die Hörner von Hakenzahn. Die haben sie nicht in schwarz gemacht, sondern in grau. Genauso wie seine Krallen dieses Mal gegossen wurden. So gesehen ist es nicht ganz original, weil normalerweise sind sie eher schwarz. Aber man kann hier schön die Unterteilung der Hörner sehen. Das gefällt mir dann doch schon wieder gut. Und dann haben wir hier den Hammer von Rotzbacke, wo wir die Steine noch aufstecken müssen. Das hier haben sie in Silber gegossen. Oder ein dunkles Grau, wo so ein bisschen silbrig rauskommt. Dann haben wir hier die Steine. Die stecke ich hier gleich mal an, dann sieht man es auch besser. So, ne? Eine Hälfte. Dann der andere. Das ist, glaube ich, egal, wie rum ihr das draufdrückt. Ja, und ihr seht, wie schnell das verschwinden kann, ne? Also von dem her, so. Gleich drauf machen. Richtig feste drücken. Dann sieht das Ganze so aus, wenn es fertig ist. Das macht einen guten Eindruck. Finde ich auch schön, dass der Stein hier ein bisschen kantig ist und nicht ganz rund. Das ist super. Gefällt mir wirklich richtig gut. Dann haben wir hier natürlich unseren Rotzbacke mit seiner Rennbemalung Rot und Gelb. So sieht es aus. Hier noch ein kleines Emblem auf seinem Fellumhang. Das ist eine Kralle, die hier runterhängt. Wahrscheinlich ist es ein Wolfsfell oder so irgendwie. Haben sie in Grau gemacht. Sein Umhang ist hier grün mit dem Copyright hinten drauf. Dann hier sein Gürtel. Dieses fischartige Ziegelmuster, was er auf seinem Umhang anhat. Und die gestreifte Sechsenhose. Es gab mal eine Rockgruppe, die hieß Sechsen. Die haben auch immer solche gestreiften Hosen angehabt. Dann hier Fellbüschel an seinen Stiefelchen mit dran. Jawohl. So kann man das angucken. Auch hier wieder dieses Teil, wo man ober- und unterkörper zusammensteckt. In weiß, was mir überhaupt nicht gefällt. Warum haben sie es nicht braun gemacht? Oder halt in dem grün. Naja, wie auch immer. Ja, dann haben wir hier auch noch den Helm von Rotzbacke. Mit den gebogenen, riesengroßen Witterhörnern. Das sieht doch gut aus. Das kann man angucken. Dann kriegt er hier auch noch so ein Kraftband. So ein Lederarmschutz. Das sieht auch schick aus. Mit so Schließen hier dran. Sehr gut. Dann den anderen gleich hier dran klipsen. Passt auf. Oh, den Helm verliert er auch gleich wieder. Passt auf, dass euch das Zeug hier nicht durch die Bude fliegt. Denn ihr könnt es relativ schnell verlieren. So. Dann gebe ich ihm natürlich noch seine Steinaxt oder seinen Steinbeil in die Hand. Und so sieht er aus. Rotzbacke ist hier fertig fürs Drachenrennen. Wozu er dabei aber dieses Ding hier braucht. Naja, gut. Wir haben hier Rotzbacke auf jeden Fall komplett. Rotzbacke steht. Rotzbacke kann auch sitzen. Wenn er steht, hat Rotzbacke hier eine Größe von ein bisschen über 8 cm. Wenn ich es hier am Horn messe, am hellen, kommen wir auf 8. Bisschen über 8 cm. Ja, ja. Ne, ne. So 8,2 cm in etwa. Wenn er die Axt in die Höhe hält. Nö, auch nicht wirklich höher. Das ist das Maximum an Höhe. So könnt ihr die Figur aufstellen. Also das zu Rotzbacke. Jetzt kommen wir natürlich zu Hakenzahn. So. Und das ist schon ein Megakerl. Also wir können hier den Kopf bewegen. Nach oben und nach unten. Wir können das Maul hier öffnen. Unterkiefer können wir bewegen. So machen, wie uns das gefällt. Was verschießen kann er nicht. Im Gegensatz zu ohne Zahn. Das Braun gefällt mir gut. Ist ein rötliches Braun. Hier unten haben sie eher so eine Cremefarbe genommen. Was mir wirklich sehr gut gefällt. Das harmoniert toll mit diesem Braun. Die Zähne haben sie hier in Cremeweiß bemalt. Ist auch nicht krasses Weiß. Schöner Unterbiss. Haben sie gut gemacht. Die Augen sitzen da, wo sie sitzen sollen. Sie haben eine schmale Pupille reingemacht. Ein Lichtpunkt hätte auch noch gut ausgesehen. Oder was ich immer ein bisschen vermisse. Ist, dass sie die Augen vielleicht noch mit einem Glanzlack überziehen. Dann wirkt das Ganze noch ein bisschen lebendiger. Das typische Hörnchen hier vorne. Man sieht ein paar Schuppen. Tiefe Nasenlöcher. Er sieht auch von vorne sehr gut aus. Klasse. Dann hier von dieser Seite. Hier seht ihr auch nochmal die Schuppen. Die hier am Auge beginnen und sich dann so rundherum, so lippenmäßig um den ganzen Kopf ziehen. Hier seht ihr nochmal die Rennbemalung und die großen Schuppen in der Mitte. Auch hier auf den Augen mit den Hörnchen wunderbar noch kleine Schuppen zu sehen. Die Zunge ist orangefarben. Die Zähne, ihr seht dieses Cremeweiß und darunter die andere Cremefarbe. Schön gemacht. Der Gaumen wurde hier nicht bearbeitet. Es ist einfach nur glatt. Aber ja, ist gut. Die Spielzeugfigur ist vollkommen in Ordnung. Das Gelenk hier ist ein bisschen derbedeutlich, aber okay. Schade, dass man es nur nach oben und unten bewegen kann und nicht auch noch seitlich. Das ist leider nicht möglich. Jetzt stecke ich ihm hier mal ganz schnell seine Hörner an. Richtig rum reinstecken. Die Hörner sollten nach hinten zeigen und nicht nach vorne. Also einfach hier draufdrücken. So, das geht ganz einfach. Und so sieht unser Hakenzahn gleich nochmal beeindruckender aus als ohne. Und ja, toll wie hoch ihr hier den Hals strecken könnt. Klasse. Wer dann auch noch das Maul aufreißt, kommt es schon echt bombig. Also das ist eine tolle Skulptur von Hakenzahn. Gut, bevor wir den Sattel hier aufstecken, schaut euch nochmal den Hals an. Hier ganz breite Schuppen. Oberhalb, seitlich kommen kleinere Schuppen und unterhalb kommt dieses cremige, was auch hier einfach nur ein paar breite Unterteilungen abbekommen hat. Hier sieht man eine heftige Gussnase, beziehungsweise hier wurde es halt irgendwo getrennt. Hier sehen wir die ganzen Bestempelungen Playmobil. Ihr seht hier auch noch ein etwas älteres Copyright von 2018. Also ist kein neues Modell. Schön die Schuppen, wie sie hier seitlich weiterlaufen. Das hat mir schon beim letzten Mal sehr gut gefallen. Ihr seht hier auch die typischen Flammenstacheln. Die sind übrigens aus Gummi. Die sind ganz weich. Da kann also überhaupt gar nichts passieren. Im Gegensatz zu den Hörnern, die sind schon eher wieder aus Plastik. Aufpassen, wenn euch das Zeug auf den Boden fällt. Das hält schon was aus, aber ich würde wirklich aufpassen. Dann hier seht ihr eher breite Unterteilungen. Gefällt mir auch gut. Dieses rötliche Braun, dieses dunklere Braun. Auch die Rückenstacheln haben hier noch so eine kleine Struktur bekommen am Ansatz. Genauso auch wie innen. Das ist super. Das kann man wirklich mehr als positiv anmerken. Hier gehen die Flammen weiter. Auch das hier ist alles noch aus Gummi. Alles ganz weich. Genauso wie die Schwanzspitze hier hinten. Das haben sie alles in diesem dunkelbraun gegossen. Und ihr seht, wie hier seitlich noch die Schuppen entlang laufen. Ich gehe jetzt nicht ganz so extrem auf die Details an. Das haben wir uns schon beim ersten Modell alles angeschaut. Das ist hier genau gleich. Hier auch schon noch die Schuppen an den Beinen zu sehen. Und auch die Bemalung. Genauso wie die Krallen, die auch wieder aus Gummi sind. Die wurden extra hier anmontiert, damit da nichts brechen kann. Das sieht alles super aus. Auch die Beine haben eine gewisse Beweglichkeit nach hinten und nach vorne. Genauso auf dieser Seite. Also ihr könnt hier schöne Posen machen. Eher nach vorne gebeugt, gerade stehend oder halt nach oben schauend. Hier nochmal das Ganze von dieser Seite. Auch hier seht ihr schön noch die Schuppen. Die Aufteilung. Schön geworden. Vor allem, dass die hier so klein werden. Und hier wieder ein bisschen größer, gröber. Alles schön gemacht. Nicht ganz so schön ist tatsächlich der Druck. Denn ihr seht, der Druck ist hier teilweise unterbrochen. Klaro ist schwierig. Wir haben hier Schuppen. Hier ein bisschen herausragend. Und dazwischen sind hier immer wieder solche Lücken entstanden. Wo die Farbe halt einfach nicht richtig aufgetragen wurde. Fällt auch hier auf. Und ja, frage ich mich halt. Bei so teuren Figuren. Muss das sein? Muss das tatsächlich so sein, Playmobil? Ist das euer Anspruch? Ist das eure Qualität? Dass man hier nicht mal einen sauberen Druck bekommt? Egal, wo ich hier übrigens hingucke. Ja. Also das finde ich doch mal anmerkenswert. Und vielleicht konstruktive Kritik. Dass man vielleicht da mal drauf achtet. Weil das sieht nicht schön aus. Das sieht überhaupt nicht schön aus. Gerade wenn man an den Preis von den Figuren denkt. Und ihr kriegt hier ja einen Hohlkörper. Die Dinger sind ja nicht massiv. Wir retten die Welt. Denkt dran. Ja. Aber rein optisch von den Farben her muss ich sagen, gefällt der mir wahnsinnig gut. Wir werden auch gleich noch ausmessen, wie Großhakenzahn hier tatsächlich kommt. So. Dann würde ich sagen, stecke ich ihm hier mal den Sattel auf. Einfach hier drauf klipsen. So. Und es sitzt dann auch. Aber es kann nach links oder rechts kippen. Okay. Er kann den Kopf auch nicht mehr ganz so weit nach oben machen. Ja. Okay. Aber ja. Nee. Das kann man schon angucken. Ist in Ordnung. Ich sage dir, ich finde es schade, dass man den Kopf nicht seitlich drehen kann. Sondern wirklich nur nach oben und nach unten. Wäre vielleicht auch noch eine tolle Geschichte gewesen. Dann stecken wir ihm natürlich die Flügel an. Richtig anstecken. Und dann einfach hier drauf drücken auf diese Gelenke. Mit Schmackes. Mache ich mal kurz hinter der Kamera. So. Das geht gut. Ist nicht wirklich schwer. Aber ich muss hier halt immer um die Kamera rumgreifen. Das ist ein bisschen nervig. So. Also das sieht doch schon mal alles wahnsinnig beeindruckend aus. Boah. Was für ein wunderschönes Modell. Oder? Der ist doch einfach nur Weltklasse. Auch dieser rötliche Braunton mit der Bemalung. Also es kommt so, so, so dermaßen gut. Der Burner. Also ist wirklich im Prinzip jeden Cent wert. Ist trotzdem ein bisschen sehr teuer. Aber trotzdem. Also ist toll. Trotzdem, trotzdem, trotzdem. Ja. Dann setze ich hier gleich Rotzbacke drauf. Und so geht es nicht. Das heißt, wir müssen ihn hinsetzen. Und die Beine bleiben dann quasi hier ganz nah dran. Damit er einigermaßen stabil hier auf seinem Sattel sitzt. Aber jetzt wird es halt interessant. Wenn ich ihn drehe, den guten Hakenzahn, bleibt er dann tatsächlich sitzen. Unser Rotzbacke. Passt mal auf. So. Er geht auf jeden Fall nach vorne. Ich schüttel ein bisschen. Nicht übertrieben. Ja. Er hält. Er hält. Ganz grob. Kann euch aber runterfallen. Sage ich euch gleich. Wenn ihr dann quasi Hakenzahn den Kopf nach hinten macht, dann hat er hier noch eine zusätzliche Sicherung. Ihr könnt, glaube ich, auch den Arm nach vorne machen und ihn mehr oder weniger an den Hörnern festklipsen. Jawohl. Das geht. Das geht. Wunderbar. Seht ihr das? Dann hält er sich hier, wie im Film, am Horn fest. Ich drehe ihn jetzt nochmal um. Jetzt sitzt er viel, viel, viel besser. Ihr seht, ich schüttel kräftig ohne Ende, aber er bleibt im Sitz drin. Er verrutscht hier nicht. Ne? Doch, klasse. Doch, super. Also. Auch das eine nette Sache. Und wenn ich Hakenzahn so stehen habe, kippt er auch nicht nach vorne. Ne? Obwohl er natürlich jetzt ein bisschen Übergewicht hat durch Rotzbacke, aber er bleibt stehen. Das ist doch klasse. Doch, super. So. Jetzt stelle ich ihn mal höher auf. Also das ist das Maximum, wie ihr ihn aufrichten könnt, weil das hier einfach hier jetzt auf der Platte aufkommt. So. Mach mal das Maul komplett auf. Boah. So. Schaut es euch an. So sehen die beiden hier aus. Also das kann man da angucken. Ist wirklich sehr beeindruckend. Und ihr könnt hier natürlich jetzt auch noch die Flügelchen, die halt leider Gottes echt zu klein sind, entsprechend noch aufrichten in die Höhe. Ich lege das Gelenk raus, aber nicht schlimm. Einfach wieder reindrücken. So. Ein bisschen höher machen. Dann sieht das Ganze so aus. Also ich verzichte jetzt hier mal auf 360 Grad Drehs. Das habe ich bei den letzten Unboxings gemacht. Aber ihr seht es ja hier ganz grob. Und ich denke, das reicht auch. Also sieht auf jeden Fall gut aus. Und wenn ihr die Flügel dann entsprechend nach vorne dreht, sieht das Ganze umso bedrohlicher oder gefährlicher aus. Also sehr imposant. Macht auf jeden Fall was her. Auch die Rückseite sieht gut aus. Ich sage ja, der Farbverlauf von diesem Rot-Braun ins Dunkle-Braun rein. Kann man wirklich angucken. Das wirkt. Das ist alles echt schön geworden. Wirklich. Also was für ein tolles Modell. Und ich sage ja, ich bin echt baff, dass Playmobil die Figuren eigentlich zum zweiten Teil jetzt zum Ende des dritten Teils nochmal rausbringt. Und ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also ich bereue es nicht. Ich bin froh, dass ich mir die Figuren hier nochmal ins Haus geholt habe. Astrid, Sturmfeil, Kotz und Wirk, Raftab fehlen mir noch. Die werde ich mir im Laufe der Zeit noch holen. Momentan sind mir die einfach zu teuer. Die drei, die ich jetzt bekommen habe, die habe ich günstig bekommen. Unter dem normalen Verkaufspreis. Von dem her, ich freue mich wirklich. Also das lohnt sich schon. Auch wenn man die Figuren bereits in der anderen Version hat. Und ich sage es ja nochmal, ich bin mir gar nicht sicher, ob Hakenzahn in der alten Version nicht orange gegossen wurde. Müsste ich jetzt direkt nochmal auf mein altes Video gucken. Habe ich jetzt natürlich vor dem Dreh hier nicht gemacht. Aber wenn ihr das Video seht, werdet ihr das garantiert wissen. Gut, also was haben wir denn hier für eine Größe? So wie Hakenzahn und Rotzbacke hier stehen, komme ich auf eine Höhe mit Rotzbacke gemessen auf 17 Zentimeter. Hakenzahn selbst hat hier am Horn gemessen eine Höhe von 15,5. Dann haben wir hier eine Flügelspannweite von gut 37 Zentimetern und wir haben eine Länge, ich stehe ihn mal waagrecht, von immerhin, so 41 Zentimeter. Roundabout. So, ich mache jetzt hier Rotzbacke nochmal runter. Und ich weiß gar nicht, ob ich es gesagt habe, ihr könnt natürlich den Kopf von Rotzbacke auch bewegen, entsprechen. So, stelle ich nochmal daneben. Dann seht ihr die beiden nochmal auf dem Bild. So sieht das Ganze aus. Macht wirklich was her, gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Kann mich nur nochmal wiederholen, egal von welcher Seite ihr euch dieses Gespann hier anschaut. Das ist echt ein super schönes Set. Preislich, wie schon gesagt, irgendwo, wie ich finde, ein bisschen zu teuer. Was den Druck auf Hakenzahn selbst angeht, da wäre noch Luft nach oben. Aber ansonsten ist es wirklich ein Set, mit dem man mehr als zufrieden sein kann. Wunder, wunderschön. Eigentlich auch wieder ein Spielzeugträumchen im Stil von Playmobil. Und ich finde, diese Figuren brauchen sich auch nicht hinter den Figuren von Spin Master verstecken. Die sind schon echt klasse gemacht. Gut, dann würde ich sagen, war es das dazu. Das war mein Unboxing und Zusammenbauing von Rotzbacke und Hakenzahn, den Racing Dragons. Hier in der Neuauflage 2021. Ich bedanke mich bei euch für das Reinschauen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, tschüsschen. Winke, winke. Euer Rupi. Yay. Ich bedanke mich bei euch für das Reinschauen. 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 Ich bedanke mich bei euch für das Reinschauen.